993 Ja, liebe Rasenfreaks, ich stehe bei 993 Abonnenten. Yes! Der Rasenfreak ist kurz vor 1000. Freaks! 999! Also ich bin... Das ist eine unglaubliche Zahl. 999. Das ist der Wahnsinn. Gleich steht da 1000. Ah! Ich aktualisiere immer. Aktualisieren. Aktualisieren. Da! Oh, nee. Nochmal. Aktualisieren. 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 Ah! Immer noch nicht. Ist doch nicht wahr! Halt durch. Meine Tochter sagt, halt durch. Die macht mir Mut. Die pusht mich hoch. Ich hab schon einen Krampf in meinem Finger vom immer runterschnippen. Übrigens, das ist überhaupt nicht wichtig. Nein, es gibt wirklich Wichtigeres im Leben als 1000 Abonnenten. Es gibt viel wichtigere Dinge im Leben als 1000 Abonnenten. Oh, Freaks. Das ist zu viel für meine Nerven. Und das hier Sonntagabend. Den 7. April 2019. Ey, das kann doch nicht sein, Schatzi. Ich stehe hier seit 15 Minuten. Ja, du bist auch noch eine halbe Stunde stehen. Ich bleib hier stehen. Ich bleib hier stehen, bis der Akku alle ist. Gehst du ins Bett? Ja. Wo dein Mann hier die 1000 Abonnenten. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Du kannst doch jetzt ins Bett gehen. So. Jetzt noch mal. 1000. Komm, jetzt noch mal hier. So. Immer noch nicht. Gleich gebe ich auf. Gleich gebe ich auf. Gleich gebe ich auf. Ist egal. Es ist unwichtig. Es ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig sind gute Videos. Wichtig seid ihr. Wichtig sind die coolen Kommentare von euch. Wichtig ist, dass der Rasen schön ist. Wichtig ist, dass die Maschinen gut laufen. Wichtig ist, dass die Sonne scheint. Wichtig, dass es auch mal ab und zu regnet. Dass das Gras immer schön nachwächst. Dass das Gras grün ist. Dass die Würmer buddeln. Das. Ja. Aber 1000 Abonnenten sind nicht wichtig. Völlig unwichtig. Um auf zu lachen da unten. Wenn ich jetzt runter gehe. Ins Badezimmer. Ja. Dann passiert es. Ja, sicher nicht. Aber nicht jetzt. Nein, weil sie alle ins Bett gegangen sind. Ja, vor 10. Viertel vor 10. Es ist 22 Uhr. Ne, 21 Uhr 46. Ich stehe hier seit geschlagenen 27 Minuten. Tja. Der letzte Abonnent ist ins Bett gegangen. Also wenn ich morgen aufwache, dann habe ich die 1000 und dann ist es gut. Freaks, ich breche das jetzt ab. Ich konnte es nicht live filmen. Es ist auch nicht so wichtig. Alles gut. Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt. Das ist wirklich ein mega ungewöhnliches Video gewesen. Abonniert mich. Abonniert mich. Da gibt es weitere schöne Rasenvideos. Weitere schöne Videos zu Technik, zu Rasenmähern, zu Spindelmähern. Und die 1000 kommen immer noch nicht. Ich sage jetzt Tschüss. Euer Rasenfreak geht jetzt ins Bett. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Verdammte Kiste. Ich bin an den Rechner gegangen. Und dann mache ich meine Kiste auf. Und dann stehen da die 1000. Jetzt sind sie da. Hier. Festhalten. Leute. 1000 Abonnenten. Dankeschön. Yes. Bei dirß. T Munieren.